Hallo Leute, guten Tag! Liebe Grace, hier ist wieder zurück und willkommen auf meinem Kanal. So, im heutigen Video zeige ich euch, wie ich meinen Weihnachtsbaum schmucke. Es ist schon der 19. Dezember und ich weiß, dass es spät ist oder ich weiß, dass es schon spät ist, aber später ist besser als nie. So, hindi kunapoto papatagalin, bitte bleib bei mir und wir fangen jetzt zusammen an. Natürlich habe ich Kaffee. Übrigens ist der Klaus nicht da, weil er arbeiten muss. Deswegen bin ich alleine mit euch heute. So, let's continue. So, let's go. 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 So, let's go.